Für diese Damen heißt es auschecken. Aus diesem Hotel in Duisburg mit sehr speziellem Zimmerservice. Vor einer Woche hat das Ordnungsamt einen Tipp erhalten, dass im Hotel Andefu illegal ein Bordell betrieben werde. Sicherheitsbeamte bemerken ein reges Kommen und Gehen. Dann heißt es Zugriff. Politisten und Mitarbeiter vom Ordnungsamt stürmen das Bordell. Das Ergebnis der Razzia? Rumänische Frauen gehen illegal dem Geschäft der Prostitution nach. Doch das ist jetzt vorbei. Der Betrieb wurde geschlossen. Doch dabei bleibt es nicht. Dem Hotelbesitzer droht ein Bußgeld von 5000 Euro. Zusätzlich bekommen drei Frauen und ein mutmaßliches Zuhälterpaar eine Anzeige und ebenfalls ein Bußgeld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017